Grüß Gott Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe. Ich habe die große Freude, eine weitere italienische Spitzenflinte präsentieren zu dürfen. Es handelt sich um ein Produkt aus dem Hause Farmers oder auch berühmt berüchtigt unter dem Namen Abiatico di Salvinelli. Gefertigt im Jahre 2002, zumindest so die Signatur auf der Gravur von Diego Bonzi, ist das eine Jagdflinte der absoluten Extraklasse. Das Modell nennt sich Pegasus und zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um ein Pinless Side-Lock Modell handelt. Und neben dem Pinless Side-Lock, das ich schon als absolutes Highlight sehe, kommt noch eine absolut luxuriöse Gravur. Diego Bonzi, der Großmeister von Il Bolino, dem Tochterunternehmen von Abiatico di Salvinelli, hat hier wunderbar groberes Acanthuslaub mit fein gestochenen Bolino-Tierstücken kombiniert. Auf der einen Seite Fasan, auf der anderen Seite meisterlich die Enten, umrangt von diesem groben Laub. Und auf der Unterseite haben wir einen Hund. Ich vermute, es ist ein leicht übergewichtiger Schweißhund. Es könnte aber auch was anderes sein. Sehr schön auch zu sehen, der verlängerte Abzugsbügel mit dem Pistolengriff. Auch hier noch ein Piepmatz graviert. Die goldene 1300 weist darauf hin, dass dieses Gewehr ein besonderes ist aus einer Serie. Und wir haben natürlich im Abzugsbügel auch den sogenannten Rolled Edge. Das Holz, darf sich sicherlich sehen lassen, ist nahezu makellos. Die Form des Schaftes, dem Prince of Wales, abgeschaut. Und der Lauf, relativ unüblich für italienische Flinten, aber die aus der Spitzenklasse dann doch wieder absolut exemplarisch, ein Chopperlamp-Laufbündel. Das heißt, Lauf, Patronenlager und Hakenstück sind aus dem Vollen gefertigt und sind dann zusammen verlötet. Auch hier, ich versuche mal, ob das geht. Das ist natürlich ohne Hakenstücke relativ schwierig, aber es gelingt ganz gut. Die Verlötungen sind erstklassig. Die Flinte ist auf dem Boss Flankenverschluss basierend aufgebaut, hat 71 cm lange Läufe und ist mit Multichokes ausgestattet. Das heißt, hier haben wir den kompletten Satz, der dann für alle jagdlichen Bereiche gewechselt werden kann. Das Schöne an dem Koffer ist, dass er eben wirklich komplett ist. Werkzeuge sind da, das heißt, hier muss man sich keine Schraube vermacken, sondern für jede Schraube ist ein Schraubenzieher gefertigt und auch dokumentierend den Status der Jungfräulichkeit, das Putzzeug noch nie benutzt, infolgedessen auch nicht im Einsatz. Ebenso wenig wie der Putzstock, der sich hier drunter bewegt. Dann haben wir selbstverständlich noch zum Set dazugehörend den Chokeschlüssel und dieses sehr ansehnliche Flat Presentation Case. Die Flinte ist mit 3,4 Kilo eine hervorragend ausbalancierte Flinte und hat mit einer 10 mm Laufschiene, die ventiliert ist, um nicht allzu schwer zu werden, eine super elegante Form. Weiterhin möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass es sich hier auch um ein Pushrod handelt. Das heißt, die Aufnahme entsprechend der englischen Vorbilder sehr, sehr klassisch gehalten. Ein gefälliges Gewehr, das im Balance- und Schwungverhalten exzellent ist, Seitenschloss, Pin-Loss, dadurch hervorragende Abzugsgewichte und natürlich ein Timing der Erekturen, das beispiellos hervorragend funktioniert. Ich hoffe, dass Ihnen diese Luxusflinte gefällt. Diese Gewehre waren einmal sehr, sehr teuer. Die Firma gibt es nicht mehr. Deshalb ist das heute unter der Rubrik Gebrauchtflinte zu sehen. Und natürlich entsprechend meinem Motto Second Hand und First Class. Ich hoffe, Ihnen gefällt das Angebot. Gerne schicke ich Ihnen diese Flinte nach Hause. Wir müssen uns nur noch über den Preis verständigen, aber ich bin sicher, das schaffen wir. Ich sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe. Ich sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.